Hey, Internet und YouTube, Sophie's Curse. Long Indie Aura Game, whatever, new game. Wir haben zwei Möglichkeiten, verflucht, oder was? Great for new players, that's easy and gets harded. Haha, harded, okay, Nightmare. Skilled Players, yup. Soundtest. Natürlich, nein, Skilled Players. Das bin ich. YouTube steht mein Name. Okay, ich hab sie kurz getestet wegen der Anstellungen. Wir müssen hier irgendwelche... Ihr kennt das, oder? Das ist schon alt auf YouTube. Irgendwelche Dinge betätigen, damit das Licht anbleibt. Ansonsten taucht irgendjemand auf. Und wir können den Computer betätigen, falls irgendein Aura ist. Klick hier to move. Und wir betätigen die Schalter. Okay, das ist aufregend. Okay, das kann ich wegtun. Gut. Ich kann hier, ich kann hier nur diese Dinge betätigen. Und wir können rauf gehen. Und dieses Ding betätigen. Und dieses Ding betätigen. Das ist großartig. Das macht Spaß. Und wir können dieses Ding betätigen. D. Dann können wir zurückgehen. Und wir können dieses Ding betätigen. Und unten ist A und B. Wie komme ich zu... Zurück? Ja. Ne, das ist nicht das. Immer nach rechts. How the fuck komme ich noch zurück? Nach zurück? What the hell? Das Spiel sabotiert mich. Ich muss runter. Ja. Okay, ich brauche doch die Anzeige. Warum komme ich nicht... Oh, Jesus. Ja, also. Geh runter. Okay, das ist... Ne, ich mochte es. Easy. Jetzt wieder rauf. Oh ja, das ist... Unser Hals haben, nicht wahr? Oh ja. Das macht Laune. Hier ist für jeden was dabei. Ein Spaß für die ganze Familie. Wir können sicherheitshalber nochmal das drehen. Ich verstehe nur nicht, warum ich jetzt nicht hier rückkomme. Naja. Das ist der größte Schwierigkeitsgrad hier. Und wir drehen wieder. Okay. Dieses Spiel ist unglaublich. Das ist das... Das beste Game, das ich jemals gespielt habe. Na, absolut top. Das ist... Ich bin begeistert. Ich bin absolut begeistert. Wer hat sich dieses Ding ausgedacht mit dem Kurbel? Jetzt mal ganz ehrlich. Warum sollte man das... Checkpoint. Ich bin der beste Spieler der Welt. Auf Nightmare. Sophie ist wirklich im Haus? Okay. Immer die Lichter anlassen. Also, wie viele Checkpoints gibt es? Bis 6 Uhr früh. Okay. Gut. Halleluja. Gott sei Dank. Ba... Hallo? Möchte da jemand mich besuchen? Sophie? Wer ist Sophie? Die Babysitterin? Was ist das für ein Geräusch? Ah! Ähm... Das ist Headset runtergeflogen. What the fuck? Wieso? Wieso kam sie denn? Ich habe doch alles auf... What? Continue. Holy shit. Okay. Ähm... Okay. Da war irgendein komisches Geräusch. Okay. Vielleicht gehe ich lieber rauf. Vielleicht. Naja. Es ist ja alles in Ordnung. Alles funktioniert wunderbar. Jesus Christ. Ah! Duh! Okay. Tett mich. Das ist so ein blödes Spiel. Oh mein Gott. Mein Herz. Okay. Oh, das halte ich nicht lange durch. Cool. Continue. Boah. Wo muss ich denn hin? Wie soll ich mich denn? Okay, da war dann wieder ein komisches Geräusch. Aber die Lichter waren noch an. Vielleicht muss ich den Computer benutzen. Vielleicht ist es ein Error. Research, okay. Sophie war ein gutes Mädchen. 19 Jahre alt. Perfekt. Dingsbums Student. Aber eines Tages ist sie einfach verschwunden. Kann ich zurückschreiben? Roffelol. Nee, geht nicht. Okay. Noch eine neue Nachricht? No. Ah, Jesus. Warum? Vielleicht ist sie wütend, dass man ihren Laptop benutzt. Ich weiß nicht, warum der... Ich bin irgendwo auf der Taste angestoßen. Deswegen war kein Sound. Und ich weiß es nicht. Ähm... Sophie! Meine Güte. Wir hatten doch nur ein Date. Das passiert dann mit den Frauen? Okay, da kommt nichts Neues. Die Frage ist, wo man sich denn... Es ist alles in Ordnung. Da ist ein Geräusch. Okay, ich muss runter. Na, C. Ich mach das auch noch. Lichter sind an. Das bringt ja gar nichts, die Lichter. Da sind schon wieder diese Geräusche. Ich dreh das einfach. Da kann mir nichts passieren, richtig? Okay, so weit so gut. Rauf wieder. Perfekt. Perfekt. Ja, runter. Oh oh. Da war ein Geräusch. Ne, sie weint. Oh nein. Nicht weinen, Sophie. War doch nur ein Date. Vielleicht müssen wir immer in Bewegung bleiben. Ah, shit. Okay. Fuck. Okay, gut, 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 gut. Easy. Nicht weinen, Sophie. Easy. Alles unter Kontrolle. Nicht weinen. Schnucki. Alles wird gut. Perfekt. Bin bereit für den Checkpoint. Easy. Hier sind irgendwelche Geräusche. Sophie. Ja, ich bin absolut bereit für den Safepoint. Ich gehe wieder zum PC. Gibt es etwas Neues? Nicht weinen. Nein. Nein. Okay. Genau. Die Valle. Ah. Shit. Fuck. 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 Ah. Ich bin Ich bin draußen Youtube Danke fürs Zusehen Macht's gut Tschüss Ich bin out Fuck Sophie Tschüss